Hallöchen meine Freunde und Willkommen zurück bei der ITER Vorbereitung. Yeah. Hallöchen. So, ich hab immer noch 54 Samen. Ich muss mir das einfach lassen, ich find das fort so toll. Mhm. Jetzt hab ich 56. Million. Ah, jetzt hab ich das... dämlich. Jetzt hab ich meinen Feldplatz getreten. Oh. Kannst du mal ein bisschen Gravel mitbringen? Soll ich noch alles mitbringen, ey? Clay hab ich mir selber geholt. Sollst du Gravel. Sollst du immer ein Gravel. Hatt ich hier irgendwo gesehen. In der Gegend. Ich bin der Meinung, ich auch, aber... Oh, man kann ja da mal schauen. Unser Feld ist jetzt schon ganz recht gut ausgestattet. Ich weiß, was das noch recht gut ausgestattet ist. Ich weiß auch, was du meinst. Was mein ich denn? Penis? Nee. Kinderflockenlade? Ja, unter anderem. Wieso bist du eigentlich gelb? Wo bin ich denn gelb? Oben bei der Party. Wo bin ich da gelb? Ich bin... Du wirst mir als gelb angezeigt. Vielleicht weil du OP bist, oder? Wo im Gesicht, oder wo? Nein, beim Namen. Da wirst du mir Weiß angezeigt. Du bist da gelb. Oder orange, oder so. Bestimmt, weil ich geil bin. Das wird's sein. Ich weiß. Wird sicher nicht ein Cobblestone-Weg hinmachen? Nein, weil ich... Weil ich Führer bin. Ach, das könnte sein. Du bist der Führer. Hö, 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 hö. Ruffel.to Ist die Seite eigentlich wirklich? Ja, die gibt's wirklich. Aber mehr schlecht als recht. Werbung. Mehr schlecht als recht? Ja. Echt? Wegen des... Was machst du denn? Schöpfer fisch dich von meinem Weg. Von meinem Weg. Was machst du denn da, Arvan? Ich mach das, was ich will. Geh einfach weg. Nein, Mann. Ich will jetzt schon gehen. Alter, kümmere dich du um... Wieso bist du unhittable? Ja, das frag ich mich dann auch. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlechte Meter. Recht, ich nehme... Ne, mit dem Schwert geht's auch nicht mehr. So, lol. Komisch. Ah. Käsekuchen. Mann. Ist eingeschlafen. Mann. So, ich setz hier ein paar Blümchen hin. Ach, verdammt. Blümchen. Zack. So, und hier oben ans Haus dran. Genau. Ach, lass dich ja schon facken. Dann kann die doch mal okay. Wunderschön. Ich komm auf dein Niveau runter. Bööööööööööö. Das kann man gar nicht. Hast du was gesagt? Hast du was gesagt? Nein, 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 nein. Ich hab auch irgendwie nichts gehört. Ich hatte so ein leises Piepen in meinem Ohr. Ist klar. So, wie macht man denn nochmal ne Hose? Ja, wie macht man wohl nochmal ne Hose? Das war jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich weiß das grad ich nicht. Wer ist hier jetzt der Behinderte von uns? Hast du das immer noch nicht? Nein. Oben drei voll und dann links und rechts. Sodass in der Mitte, also in der Mitte, Mitte und in der Mitte unten voll bleibt. Achso, okay. Ja, ja, ich hab's schon, man. Brauchst du mir noch nichts erklären, weiß ich doch. Ja, wer ist... So, ich hab ne Eisenrüstung. Yay! Wow. Ich muss noch was essen. Ups. Gut. Ich könnte mal noch, äh, einen Zaun für da unten bauen, ne? Ja, das könntest du machen. Ach, jetzt hab ich Falltüren gebaut. Naja. Ich hab ja hier noch Zäune. Und dann geh ich nochmal ein paar Bäume ernten. Bäume ernten. Das mach ich ja auch jeden Tag. Das ist krass, ne? Das ist voll die geile Beschäftigung. Vor allem so im Real Life so. Real Life? Schlickst mit, äh, mit der Hand so ein Baum. Schon ganz witzig. Verkrasst du auch. Netter Zeitvertrag, muss ich auf jeden Fall sagen. Auf jeden. Kann ich ja nur empfehlen, irgendwie so. So 57, das reicht doch nie. So. Du hast einen schönen Weg gebaut, ich bin stolz auf dich. Ich weiß, ich hab doch gesagt, der wird schön. Genauso wie das Haus schön ist. Aber das Haus ist ja noch nicht fertig. Du hast ja nicht hustet. Bauen besseres, ja? Nein, ich hab doch gesagt, das ist schön. Ich hab doch nur gehustet. Bauen besseres. Und von innen solltest du das Haus auch mal ausreichten. Was heißt denn hier ich? Das ist doch dein Haus. Du hast doch gesagt, das ist schön, ja? Ach. Also ich find's hässlich. Ja, ja. Deswegen hast du es doch so gebaut, wie es ist. Ja, natürlich. Das ist logisch. Das ist logisch. Das ist Sparta. Ich mag den Film nicht. Ich mag die Verarsche davon. Diese... Diese Dings da. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich verste... Ich weiß. Deswegen sag ich's ja. So. Was ist für Musik? Mach jetzt mal das Dach vorm Haus. Hm. Ich glaub das wird langsamer Zeit. Genauso. Äh... Bam. Bam. Was baust du hier? Ein Dach? Ne. Ich baue das Dach. Ich könnte bei dem Dach winduell helfen, weil ich hab noch nichts zu tun. Ja. Du könntest nämlich Stein abbauen. Stein? Ja, Stein. Fragezeichen? Ich mach das Stein aus Holz. Äh, ja. Ich mach das Stein aus Holz. Ich mach das Stein aus Holz. Ja, ja. Logo, Flips. Logo. Ey, ich hab... Du holst doch grad eh Bäume ab. Also lass einfach die Finger vorm Haus. Lass einfach die Finger vorm Haus. Machen. Nein. Doch. Du machst nicht ab. Nein. Doch. Das Haus ist mein Ding. Weck mich. Genauso wie mein Ding mein Ding ist. Du fühlst dich selbstpersönlich bist, oder? Ach komm schon. Ja. Dein Ding, das würde ich gar nicht anfassen, ja. Das... hoffe ich auch. Gut, dann haben wir das ja geklärt. Ja. Ja. Ja, das haben wir. Oh mein Gott. Über was reden wir hier? Ich glaub wir sind einfach nur... durch. Ja. Unter anderem. Ich hasse dich trotzdem. Ich weiß. Das ist ja schön. Pssch. Pssch. Sagen wir noch ein paar Sitzlinge. Dann mach ich hier mal ein bisschen was Neues hin. Pssch. Ach leck mich Fips, jetzt surfen dann Pssch. Sonst... Kann ich für nichts garantieren. Das kann ich gar nicht leiden, ja? Kann ich GAR NICHT leiden, ja? Gibst du mir deine Faust? Pssch. Brofist. Warum hast du nur gelbe Blümchen gepflanzt? Das sieht aus wie hingepisst. Satsrutschi, Satsrutschi, Satsrutschi. Ich mein's ernst. Muss ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Farbe ins Spiel, mhm. Wer ist hier der künstlerisch Begabte, hä? Auf jeden Fall nicht ich. Hast du eigentlich mein Fleisch aus dem Ofen genommen? Nein. Ja, dann... Dann K-Nals, Alter. K-Nals. K-Nals? Dann K-Nals. Yo. Lass mal knallen, äh... Kanallen. Näh. Näh. Nein? Näh. Heute... No, Scheiße. Ich wollt grad mein Jetpack benutzen. Nee, warte mal, das ist... Oder... Nee, das ist Scheiße. Machen wir das so. Ich mach hier nur so einen kleinen Zaun noch drumrum, dann wenn wir hier nicht runterfallen. Mhm. So. Zuck, zuck, zuck. Ich brauche ich meine Schaufeln. Da, 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 da. Ich kann die Folge überhindern. Da, 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 da... Wenn du möchtest was zuят. Da, 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 da. Ich hab das Haus noch nicht fertig. Da, 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 da. Kannst du das nächste Folge machen? Okay. Okay, okay. Okay? Okay. 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 Gut, dann sehen wir uns nächste Woche wieder Und was bleibt uns zu sagen Außer Geht euch ein Abo oder lasst es bleiben Bis zum nächsten Mal mit Phipps und mir Ciao Tschüss